Angenommen, ein Mensch aus der Altsteinzeit hätte bis heute überlebt. Ich würde sagen, die Voraussetzungen dafür wären, die Zellen der Bauchspeicheldrüse regenerieren sich alle 24 Stunden, die der Magenschleimhaut alle drei Tage und der ganze Körper alle sieben Jahre. Aber der Prozess wird gestört. Gelänge dem Immunsystem aufgrund eines kleinen Kniffs, die perfekte Entgiftung, die perfekte Erneuerung, dann könnte er auch durchhalten. Wir sprechen über einen höheren Menschen, der bis zum heutigen Tag überlebt. Und er hat sich in den zehn Jahren gar nicht verändert. Jede Frau in der Fakultät wüsste lieben gern sein Geheimnis. Scheiße! Ich habe keine Augen im Hinterkopf, ich kann keine Flöhe husten hören und ich bin keinesfalls Superman. Es gibt viele Legenden zu diesem Thema. Ein halbmenschliches Wesen, das den anderen nicht das Blut, sondern die Lebenskraft aussaugt. Gott spricht darin zu den Menschen, um sein Wort zu verbreiten. Sie haben vier Männer der Wissenschaft verwirrt, mein Freund. Ihr müsst glauben, Sie sind ja ein Sonderfall für die Klapsmühle. Stehen Sie triumphierend auf dem Friedhof, der sich vor Ihnen füllt? Dann ist es vielleicht besser, es zu beenden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020